Shirin Jackson, eine alleinerziehende Mutter eines Kindes, die in Louisiana lebte, war Eigentümerin eines sehr erfolgreichen Catering-Unternehmens. Sie genoss die Früchte ihrer Arbeit. Jedoch hatte Shirin, die gerade 39 Jahre alt geworden war, schon immer den Wunsch gehabt, ihre Familie zu erweitern. Sie wollte ihrem zehnjährigen Sohn Jamal ein Geschwisterchen geben, aber da kein Freund in Sicht war, beschloss sie, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Für Shirin war es nicht leicht. Nach Monaten der Fruchtbarkeitsbehandlungen war ihr Körper erschöpft und es gelang ihr nicht, schwanger zu werden. Dann fragte eine Freundin, ob sie eine Adoption in Betracht ziehen würde. Shirin hatte zuvor nie darüber nachgedacht, war aber offen für die Idee. Mit einem Hoffnungsschimmer im Herzen begann Shirin den Adoptionsprozess. Sie füllte alle notwendigen Unterlagen aus, nahm an zahlreichen Interviews teil und unterzog sich einer gründlichen Überprüfung ihres Hintergrunds. Es war eine langwierige und manchmal emotional anstrengende Reise. Aber sie war entschlossen, das richtige Kind zu finden, um es in ihr Zuhause aufzunehmen. Als sie Wochen zu Monaten wurden, wartete Shirin ängstlich auf Nachrichten über mögliche Übereinstimmungen. Sie besichtigte Waisenhäuser und Pflegeheime, traf Kinder aller Altersgruppen und Hintergründe. Dann, eines Tages, sah sie sie. Ein strahlendes sechsjähriges Mädchen mit funkelnden blauen Augen und goldenen Locken, namens Tammy. Shirin wusste in ihrem Herzen, dass dies das kleine Mädchen war, nachdem sie gesucht hatte. In dem Moment, als Shirin Tammy traf, entstand eine sofortige Verbindung. Tammy war anfangs schüchtern, aber als sie Zeit miteinander verbrachten, begann ihre sprudelnde Persönlichkeit durchzuscheinen. Shirin wusste, dass sie ihre Tochter gefunden hatte und konnte es kaum erwarten, Tammy nach Hause zu bringen. Jedoch, als sie als Familie in die Welt hinaustraten, bemerkte Shirin die Blicke und das Getuschel von Fremden. Es schien, als sei eine alleinstehende afroamerikanische Frau, die ein weißes Kind adoptiert. Ein Thema der Neugier und, für einige, der Kontroverse. Shirin versuchte, die urteilenden Blicke und Kommentare zu ignorieren und konzentrierte sich stattdessen darauf, Tammy ein liebevolles und fürsorgliches Zuhause zu bieten. Aber die Blicke und das Getuschel schienen nur zu intensivieren und bald genug begannen, Gerüchte in ihrer kleinen Stadt zu kursieren. Die Leute begannen, über Shirins Motive für die Adoption eines weißen Kindes zu tratschen und hinterfragten ihre Fähigkeit, eine gute Mutter zu sein. Es verletzte Shirin tief, aber sie weigerte sich, das Vorurteil davon abhalten zu lassen, Tammy das Leben zu geben, das sie verdiente. Sie meldete Tammy in derselben Schule an wie Jamal und sicher genug erhielt sie seltsame Fragen von der Lehrerin und der Schulleiterin. Jeder schien sehr interessiert daran, warum ein blondes, blauäugiges Mädchen bei ihr wohnte. Je mehr Shirin versuchte zu erklären, desto mehr wurden die Leute misstrauisch gegenüber ihr. Shirin war empört und musste der Lehrerin und der Schulleiterin in Erinnerung rufen, dass sie viel Geld zahlte, damit ihr Sohn Jamal und ihre Tochter Tammy dort sein konnten. Sie schätzte all die Fragen und eingehenden Interviews über Tammy und warum sie adoptiert wurde, nicht. Shirin hatte gerade genug von den Verdächtigungen und Anschuldigungen aller, aber das Schlimmste stand noch bevor. Jeden Morgen, als sie ihre Kinder in der Schule absetzte, erhielt sie hässliche Blicke von anderen Eltern. Shirin hörte sogar, wie ein Elternteil sagte, wer glaubt sie eigentlich, wer sie ist, dieses hübsche kleine Mädchen zu adoptieren? Ein weiterer Kommentar weckte den Ärger in Shirin. Sind sie sicher, dass sie überhaupt adoptiert wurde? Welche Agentur würde einem solchen Püppchen wie ihr ein Kind geben? Shirin konnte nicht glauben, dass die Leute all diese schrecklichen Dinge über sie und die kleine Tammy sagten. Warum dachten sie nicht, dass sie eine gute genug Mutter für sie war? Sie konnte Tammy alles bieten, was sie brauchte und ihr die Liebe und Fürsorge geben, die sie offensichtlich wollte. Sie hätte nie gedacht, dass Menschen so grausam sein könnten. Dann passierte etwas wirklich Schlimmes. Eines Morgens, gerade als Shirin, Jamal und Tammy sich in ihre neue Routine einlebten, klopfte es an der Tür. Shirins Herz pochte in ihrer Brust, als sie die Tür öffnete und zwei ernst aussehende Personen dort stehen sah. Sie stellten sich als Sozialarbeiter vor und erklärten, dass sie einen anonymen Hinweis bezüglich Tammys Adoption erhalten hätten. Shirin lud sie ein, sich zu fragen, wer sie gemeldet haben könnte und warum. Die Sozialarbeiter begannen eine gründliche Untersuchung und stellten Shirin allerlei persönliche und aufdringliche Fragen. Sie erkundigten sich nach ihrer finanziellen Situation, ihrem Job, ihrem Unterstützungssystem und sogar nach ihrem Liebesleben. Shirin fühlte sich beurteilt und unter die Lupe genommen. Jeder ihrer Schritte wurde genau betrachtet. Aber dann begann sie sich zu fragen, wer den anonymen Tipp gegeben hatte. Sie kooperierte so gut sie konnte und versuchte für Jamals und Tammys Willen ruhig zu bleiben, aber innerlich kochte sie vor Wut und Frustration. Es war klar, dass jemand sie ins Visier genommen hatte und entschlossen war, ihr das Leben schwer zu machen. Alles, was sie wollte, war eine Familie. Und jetzt schien es, als ob jeder um sie herum versuchte, das zu verhindern. Während des Verhörs enthüllten die Sozialarbeiter die Natur des anonymen Tipps. Ihnen war gesagt worden, dass Shirin ein Vorstrafenregister hatte und in illegale Aktivitäten verwickelt war. Shirin war schockiert und bestritt die Anschuldigungen vehement und lieferte Beweise, um ihre Unschuld zu beweisen. Die Sozialarbeiter schienen skeptisch, versprachen jedoch, die Angelegenheit weiter zu untersuchen, bevor sie Entscheidungen trafen. Shirin hatte Angst, Tammy, die Tochter, die sie so sehr liebte, und Jamal hatte seine kleine Schwester liebgewonnen, zu verlieren. Zu denken, dass jemand so weit gehen würde, eine liebevolle Familie auseinanderzureißen, brach Shirins Herz. Jetzt musste sie sich all diesen Menschen beweisen. Es war so ungerecht. In den folgenden Tagen wurde Shirins Leben zu einer Achterbahnfahrt der Emotionen. Sie kämpfte darum, ihr Geschäft am Laufen zu halten, während sie mit dem Stress der Untersuchung umging. Sie versuchte, Tammy vor dem Aufruhr zu schützen, aber das kleine Mädchen spürte, dass etwas nicht stimmte. Als sich die Gerüchte in der Gemeinde verbreiteten, sah sich Shirin mit Urteilen und Verachtung von einigen ihrer langjährigen Freunde und Bekannten konfrontiert. Sie fühlte sich verraten und isoliert und fragte sich, wem sie trauen konnte. Aber es war noch nicht vorbei. Eine Woche später erhielt Shirin ein lautes Klopfen an ihrer Tür. Als sie zur Tür ging, sagte Jamal, Mama, warum sind die Polizisten hier? Shirins Augen weiteten sich vor Schock. Sie öffnete die Tür und dort, auf ihrer Türschwelle, standen zwei Polizeibeamte. Ma'am, wir sind Detektives der Polizeiabteilung von Louisiana. Dürfen wir hereinkommen? fragten sie. Sie bat die Kinder schnell, auf ihre Zimmer zu gehen, als sie die beiden Polizeibeamten hereinließ. Ähm, bitte nehmen Sie Platz. Wie kann ich Ihnen helfen, Officers? Gibt es ein Problem? fragte Shirin. Ihr Herz schlug schnell in ihrer Brust. Ma'am, wir haben einen Hinweis auf eine Entführung erhalten. Und das vermisste Mädchen wurde mit ihnen in Verbindung gebracht. Wissen Sie etwas darüber? fragten sie. Shirins Gedanken rasten, als sie versuchte, die Schwere der Anschuldigung zu begreifen. Eine Entführung? Wie konnte jemand denken, dass sie Tammy, ihre eigene legal adoptierte Tochter, entführt hätte? Sie nahm einen tiefen Atemzug und versuchte, ruhig zu bleiben. Officers, ich habe Tammy nicht entführt. Sie ist meine Tochter, legal adoptiert durch die richtigen Kanäle. Ich habe alle Dokumente, um das zu beweisen, sagte Shirin. Ihre Stimme zitterte vor einer Mischung aus Angst und Frustration. Die Detektives baten darum, die Adoptionspapiere zu sehen, und Shirin eilte, die Dokumente zu holen. Sie übergab die Akte in der Hoffnung, dass dies das Ende der falschen Anschuldigung bedeuten würde. Während die Detektives die Unterlagen prüften, wartete Shirin ängstlich auf ihre Antwort. Ihre Gedanken wanderten zurück zum Besuch der Sozialarbeiter. Sie fragte sich, ob dieselbe Person, die den anonymen Tipp an sie gegeben hatte, auch die Polizei angerufen hatte. Nachdem, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, die Detektives die Dokumente überprüft hatten, tauschten sie einen kurzen Blick aus, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder Shirin zuwandten. Alles scheint in Ordnung zu sein, sagte schließlich einer der Detektives. Wir müssen diese Informationen verifizieren, aber im Moment haben wir keinen Grund zu der Annahme, dass Tammy in Gefahr ist. Erleichterung überkam Shirin, aber sie wusste, dass der Kampf noch nicht vorbei war. Können sie herausfinden, wer die falsche Meldung gemacht hat? fragte sie in der Hoffnung, dass die Polizei die Identität ihres bösartigen Anklägers aufdecken würde. Wir werden unser Bestes tun, um die Quelle des Tipps zu verfolgen, versicherte ihr der andere Detektiv. Es ist eine ernste Straftat, eine falsche Meldung zu erstatten, und wenn wir sie finden, werden sie Konsequenzen zu tragen haben. Mit dem Weggang der Detektives sank Shirin in ihr Sofa, mental und emotional erschöpft. Sie fühlte, als würde ihre Welt um sie herum zusammenbrechen und machte sich Sorgen um die Auswirkungen auf ihre Kinder. Wie konnte sie sie vor all diesem Drama schützen und ihre unschuldigen Herzen bewahren? In den folgenden Tagen wurde Shirin hypervigilant, blickte ständig über ihre Schulter und hinterfragte die Menschen um sie herum. Die einst unterstützende Gemeinschaft fühlte sich nun wie ein Minenfeld aus Verrat und Misstrauen an. Trotz der laufenden Untersuchung und der kaltherzigen Behandlung durch die Gemeinschaft blieb Shirin auf ihre Familie konzentriert. Sie überschüttete Jamal und Tammy mit Liebe und versuchte, ihr Leben so normal wie möglich zu gestalten. Aber der Stress belastete ihr Geschäft und ihr einst blühendes Catering-Unternehmen begann zu leiden. Sie musste dahin zurückkehren, wo sie einst gewesen war. Dann, eines Abends, als Shirin das Abendessen vorbereitete, erhielt sie einen unerwarteten Anruf. Es war ein Anwalt, der behauptete, Informationen über die Person zu haben, die die falschen Anschuldigungen gemacht hatte. Der Anwalt bestand darauf, Shirin persönlich zu treffen und obwohl skeptisch, stimmte Shirin zu. Das Treffen fand in ihrem Haus statt, wo der Anwalt ihr einen Umschlag mit Dokumenten übergab. Dies sind Telefonprotokolle und E-Mail-Austausche, die darauf hindeuten, dass jemand, der ihnen nahe steht, an all dem beteiligt sein könnte, sagte der Anwalt kryptisch. Ich schlage vor, sie gehen vorsichtig vor. Shirins Herz pochte, als sie die Dokumente überflog. Sie wiesen auf eine ehemalige Freundin hin. Jemanden, der nach einem Streit verbittert geworden war. Shirin konnte nicht glauben, dass jemand, dem sie einst vertraut hatte, so tief sinken könnte. Bewaffnet mit diesen neuen Informationen, suchte Shirin rechtlichen Beistand und beschloss, die Angelegenheit vor Gericht zu bringen. Sie war entschlossen, ihren Namen reinzuwaschen und ihre Familie vor weiterem Schaden zu schützen. Der Gerichtssaal wurde zum Schlachtfeld für Shirins Kampf um Gerechtigkeit. Der Prozess enthüllte das Ausmaß der falschen Anschuldigungen und den Schmerz, den sie ihrer Familie zugefügt hatten. Zeugen traten vor, um Shirins Charakter und ihr Engagement als liebevolle und hingebungsvolle Mutter zu unterstützen. Schließlich kam die Wahrheit ans Licht und die Person, die für die anonymen Berichte verantwortlich war, wurde entlarvt. Der Gerichtssaal keuchte ungläubig, als die ehemalige Freundin, Militia Arnold, ihre bösartigen Handlungen zugab. Der Richter entschied zu Shirins Gunsten und die Anklagen gegen sie wurden fallen gelassen. Aber selbst mit einem Gerichtssieg blieben die Narben der Tortur. Shirin war durch einen emotionalen Fleischwolf gegangen und ihre Kinder hatten das Gewicht von Vorurteilen und Misstrauen ertragen. In den folgenden Wochen begannen Shirin und ihre Familie zu heilen. Die Unterstützung von denen, die ihr in den härtesten Zeiten beigestanden hatten, half ihren Glauben an die Menschlichkeit wiederherzustellen. Sie fand auch neue Freunde, Menschen, die sie als die liebevolle Mutter sahen, die sie war, unabhängig von Rasse oder Umständen. Sie sahen, dass sie die beste Mutter für Jamal und Tammy war. Die Erfahrung machte Shirin noch entschlossener, eine Welt zu schaffen, in der Liebe und Akzeptanz die Norm waren. Sie wurde eine Fürsprecherin für die Adoption und arbeitete mit Organisationen zusammen, um das Bewusstsein für die Freuden des Aufbaus vielfältiger Familien zu schärfen. Mit der Zeit ließen die Gerüchte und Urteile nach und Shirins Catering-Geschäft begann wieder zu blühen. Sie war aus dem Sturm stärker und weiser hervorgegangen mit einer noch tieferen Bindung zu Jamal und Tammy.